Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbina Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer. Wir laden ein zu einer Perspektive, die nach unserem Erleben oft noch quer im Stall zum Mainstream in Organisationen steht. Ja und damit herzlich willkommen zu Quer im Stall Folge 2, heute das Thema Konflikte. Hallo Christina, schön, dass unsere Reihe jetzt einen Namen bekommen hat. Ja, finde ich auch und das Lustige ist, wir haben es ja eigentlich beim letzten Mal beide schon irgendwie so benannt, nur nicht gemerkt. Und dann, das fiel mir jetzt beim Hören nämlich der ersten Folge auf, dass wir das am Anfang beide irgendwie so gesagt haben. Und dann dachte ich hinterher, ach, ist ja spannend, ja, dann kann es doch auch so heißen. Na gut, fein. Ja, genau, passt für mich auch perfekt und war ja so ein bisschen, wie wir ins Gespräch gekommen sind, dass ich dich versucht habe zu ermutigen, ja diese Perspektive hier auch über das Podcast-Format noch weiter zu teilen, weil sie für mich auch in der Arbeit so unglaublich hilfreich ist. Und da hattest du in einem Gespräch davor mal dieses Quer im Stall benutzt und dann habe ich das aufgegriffen. Und ich finde das fast eigentlich ganz gut zusammen, weil es am Ende des Tages oft auch eine andere Perspektive ist. Und ich merke dann auch immer wieder, dass man da manchmal mit dieser Perspektive auf erst in verdutzte Gesichter blickt und dann mit ein bisschen Erklärung dann doch viele dem auch folgen können und oft ja zwei Perspektiven hilfreicher sind als nur eine. Naja, und vor allen Dingen, wenn man auf andere Ideen kommt, was man dann eigentlich tun könnte. So, und das ist ja dann hoffentlich auch der Mehrwert, dass wenn man anders drauf guckt, plötzlich merkt, ah, okay, deswegen hat es nicht funktioniert bisher oder dies oder jenes könnte man jetzt ja mal stattdessen probieren. Unbedingt, genau. Und letztes Mal hatten wir uns das Thema Kommunikation näher angesehen, das Wunder der Kommunikation. Du hattest auch gesagt, ja, gerade Luhmann hatte sich gewundert, dass es überhaupt funktioniert, die Kommunikation. Und dann so als eigenständiges Drittes seine Bahnen sucht. Und heute möchten wir auch irgendwie drauf schauen, wie sieht es eigentlich aus, wenn es nicht funktioniert, die Kommunikation oder zumindest nicht funktioniert im Sinne derjenigen, die dann so einen Konflikt erleben. Also heute das Thema Konflikte. Ja, da kann ich gleich einen Einspruch erheben. Also nicht zum Thema, sondern zur Rahmung, dass das keine gelungene Kommunikation wäre, ein Konflikt. Ja, das wäre die erste Frage. Also wer würde das dann sagen oder wer will, also wann ist es überhaupt ein Konflikt? Bestimmt das derjenige, der den Konflikt erlebt oder ja, was würdest du da sagen? Genau, also wir brauchen auf jeden Fall eine gute Idee, worüber wir hier überhaupt reden. Und deswegen ist es auch super, dass wir beim letzten Mal auf Kommunikation geschaut haben. Denn ein Konflikt ist eben auch eine ganz eigene Kommunikation oder ein eigenes Kommunikationssystem. Und man könnte auch sagen, die Kommunikation eines Konflikts, die setzt sich nämlich auch fort und um direkt mal quer im Stall zu stehen und sucht sich auch seine Akteure oder seine Mitspieler. Das heißt, der Konflikt führt mal wieder so eine Art Eigenleben. Und was damit gemeint ist, ist, dass manche Dinge eben sogar über Jahrhunderte oder Jahrtausende nicht entschieden werden. Und da könnte man zum Beispiel so Glaubensfragen nehmen. Also wir hatten letztens auch von der Kirche gesprochen. Also ist es jetzt eigentlich besser, christlichen Glaubens zu sein oder nicht an Gott zu glauben? Oder ist die evangelische Kirche nun besser als die katholische? Und deshalb hören manche Konflikte über Jahrtausende nicht so wirklich auf und suchen sich immer wieder neue Mitspieler, die dann an dieser Konfliktkommunikation teilnehmen sozusagen. Und wo würden wir da anfangen? Kann ich auch mit mir selber einen Konflikt haben, wenn ich jetzt in ein Gespräch gehe und sage, ja, will ich jetzt eigentlich die eine Position vertreten oder die andere Position? Oder würde man immer erst mit mindestens zwei Personen sagen, da ist irgendwie ein Konflikt, wenn sich zwei nicht einigen. Genau, das ist wunderbar, dass du fragst. Denn wir können hier einmal unterscheiden, nämlich psychische Konflikte, also die du mit dir selber hast und die du als in dir verspürst. Und sagst, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt heute eigentlich noch Sport machen? Oder setze ich mich doch lieber aufs Sofa und entspanne mich einfach mal, weil das habe ich mir verdient? Und solange du das nicht entschieden hast, hast du ein Problem. Weil dann oszillierst du sozusagen die ganze Zeit zwischen Sport machen und auf dem Sofa sitzen und bist wahrscheinlich relativ unzufrieden in diesem Zustand, weil der macht Spannung. Ja, und in dem Moment, wo du dich entscheidest, ist der Konflikt zu Ende. So, du entscheidest dich und sagst, ah, na gut, dann gehe ich halt aufs Sofa oder ja, na gut, dann gehe ich eben Sport machen. So, dann ist er erstmal entschieden und ist damit vorbei. So, und davon zu unterscheiden sind soziale Konflikte, also Konflikte, die in einem sozialen System stattfinden. Und dazu brauchst du dann, wie in der Kommunikation, dann auf jeden Fall zwei verschiedene Positionen, die sich dann wiederum gegenseitig verneinen. So, mache ich hier erstmal Stopp. Ja, und dafür wahrscheinlich auch genau eine gewisse Position, die ich auch halt nicht bereit bin aufzugeben, damit so eine sehr gegensätzliche Positionen erstmal entstehen können. Ganz genau. Das heißt, es braucht auf jeden Fall Leute, die von ihrer Gewinnaussicht so überzeugt sind, dass sie weitermachen. Ihre Position also weiter beziehen, beziehungsweise die Position der Gegenpartei, so möchte ich es jetzt mal nennen, eben verneinen. So, und das hat war, und um jetzt hier auf unseren Gegenstand, nämlich die Organisationen zu gucken, hier haben wir ja einen Spezialfall, denn was Organisationen machen, sie stellen sachliche Konflikte auf Dauer durch Arbeitsteilung. Also, das heißt, sie brauchen auch Konflikte, das ist also jetzt erstmal nochmal eine ganz wichtige Perspektive, denn Konflikte haben ja einen wahnsinnig schlechten Ruf. Also, Konflikte sind ja immer oder sind ja häufig etwas, das man irgendwie weghaben will oder wegmachen will und das ist aber nicht so besonders hilfreich, wenn man auf Organisationen schaut, denn sie brauchen Konflikte, um zu intelligenten Entscheidungen zu kommen. Das heißt, für sie wäre es eher ein Problem, keine Konflikte zu haben. Also, deswegen sollten Führungskräfte auch eher Widerspruch organisieren, als jetzt irgendeine Pseudoharmonie. Und diese Konflikte in Organisationen, die kennen wir ja alle, die ja auch Abteilungen miteinander austragen. Also, das allseits beliebte Beispiel ist ja der Vertrieb, der natürlich unheimlich kundenorientiert unterwegs ist und den Kunden ihre Wünsche erfüllen möchte und natürlich vor allen Dingen verkaufen möchte, Geschäft machen möchte. Und dann haben wir zum Beispiel die Entwicklung, die sagt, um Gottes Willen, was hat denn jetzt der Vertrieb da schon wieder verkauft? Das sind ja die absoluten Spezial- und Individuallösungen. Uns interessieren eigentlich Produkte, die wir in Serie bringen können, die wir effizient produzieren können, wo wir dann auch hohe Margen haben. Und das Marketing sagt dann noch als Drittes, ihr habt es ja beide überhaupt nicht kapiert. Wir müssen hier noch eine ganz andere Produktmarkenstrategie etablieren und so weiter. Und schon haben wir einen wunderbaren Konflikt, weil sie sich alle für Idioten halten gegenseitig und alle die anderen natürlich abwerten. Aber das ist wohlbemerkt hochfunktional für die Organisation, denn so werden eben die verschiedensten Perspektiven, die wichtig sind, damit eine Organisation erfolgreich ist oder in dem Fall ein Unternehmen erfolgreich ist, eben auch in die Kommunikation gebracht. Und so entstehen auch insgesamt sehr viel bessere Entscheidungen, als wenn diese verschiedenen Perspektiven eben kein Gehör finden würden. Ja, da wäre meine Frage, ob wir da ein bisschen reingehen können und wie ihr da als Organisationsberater auch drauf schaut, wenn jetzt gerufen wird und vielleicht wird sowas wie ein Konflikt beschrieben, würdest du da sagen, man sucht nach persönlichen Konflikten, grenzt die ab gegenüber Rollenkonflikten, gegenüber vielleicht Schnittstellenkonflikten, die entweder Schnittstellen im Sinne von interne Schnittstellen oder auch eben externe Schnittstellen vielleicht verbunden sein könnten oder was ist das für eine Perspektive, die du einnehmen würdest? Ja, das finde ich auch insofern nochmal eine gute Frage, weil es die nächste Unterscheidung mit reinbringt, nämlich die Unterscheidung, um was für eine Art von Konflikt es sich denn eigentlich handelt. Handelt es sich hier um einen Sachkonflikt? Handelt es sich um einen Konflikt auf einer Beziehungsebene? Also man könnte sagen sozialen Konflikt? Oder handelt es sich um einen zeitlichen Konflikt? Also hier haben wir wieder im Übrigen die drei sogenannten Sinn-Dimensionen, die Niklas Luhmann eingebracht hat in seiner Kommunikationstheorie. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, um da erstmal eine Sortierung vorzunehmen. Und das, was ich jetzt eben beschrieben habe im Fall des Unternehmens, war natürlich ein sachlicher Konflikt. Ja, genau. Das Zeitliche hat mir jetzt gefehlt, weil ich hatte jetzt gesagt, so Rollen, Schnittstellen, das wäre dann alles bei sachlich, persönlich ist die Beziehungsebene. Und zeitlich wäre einfach, wann machen wir es denn? Und dann kann man sich ja auch vortrefflich darüber streiten, wann jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Investition ist. Machen wir es jetzt sofort? Machen wir es in einem Jahr? Und das kann natürlich auch eine Entscheidung einfach blockieren. Solange man sich nämlich darüber nicht einig ist, wird dann eben nicht entschieden. Und das ist schlecht für die Organisation. Also ist da diese zeitliche Komponente, wann entschieden wird, mit drin? Oder inwieweit grenzt sich das ab von einem sachlichen Konflikt? Genau. Also das ist natürlich nicht immer total trennscharf. Genau. Wunderbar. Also das heißt, manche Fragen haben natürlich auch auf allen Dimensionen irgendwie eine Relevanz. Aber trotzdem ist die Unterscheidung insofern wichtig, weil man sagen kann, also nehmen wir jetzt mal ein Führungsteam. So, wenn ein Führungsteam zum Beispiel auf einer sozialen Ebene, also auf einer Beziehungsebene miteinander einen Konflikt hat, dann ist es wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Führungsteam, um über Sachfragen zu diskutieren. Und einen wirklich tollen Diskurs über Sachfragen kann man nämlich eigentlich nur dann führen mit Leuten, mit denen die Beziehungsebene stimmt. Und umgekehrt, wenn ich also in einem Führungsteam bin, das ständig damit beschäftigt ist, auszuhandeln, wer ist denn jetzt eigentlich der Schlauste? Oder wer ist eben doch blöd oder dumm? Oder man fühlt sich persönlich angegriffen die ganze Zeit von einem Kollegen? Oder, oder, oder. Dann steht es sehr schlecht um die Diskussion der sachlichen Fragen. Das heißt, um es ganz klar zu sagen, also Führungsteams sollten unbedingt an ihrer Beziehung miteinander arbeiten, denn sie werden sehr viel erfolgreicher sein, weil sie dann ganz hart an der Sache miteinander um die beste Entscheidung ringen können. So, dann wissen sie, es geht auch wirklich jetzt. Das ist jetzt auch eine schöne Brücke dahingehend, dass wir ja auch einladen, diese Organisationstheorie zu gebrauchen. Und dann würde man ja sagen, vermutlich, ja, das ist ein Sachkonflikt und die mussten in Konflikt geraten, weil die Rollen oder die Abteilungen ja unterschiedliche Zielrichtungen haben. Und am Ende des Tages ist es aber, ja, durchaus lohnenswert, jetzt sich darauf nicht zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, es macht aber Sinn, auch auf der Beziehungsebene zu arbeiten, weil dann der Konflikt oder die, ja, diese Uneinigkeit an der Stelle besser ausgehandelt werden kann. Ja, genau, also dein Danke dafür nochmal für den Ball, denn es ist erstmal extrem entlastend unter Umständen für die Beteiligten, wenn sie merken, sie tragen stellvertretend für ihren Fachbereich in der Organisation Konflikte aus. Ja, also das ist, finde ich, eigentlich so augenöffnend, das sollte zur Schulbildung gehören, ja, weil viele Leute fühlen sich wahnsinnig schlecht und wir merken das ja immer wieder, wenn wir mit Führungskräften in Workshops arbeiten oder auch in Einzelcoachings, wird es dann natürlich noch häufiger einfach offenbart, wie schlecht man sich damit fühlt, ja, dass man ständig mit, um bei dem Beispiel zu bleiben, mit diesem blöden Vertriebsleiter aneinander gerät, ja. So, nur wenn man eben verstanden hat, dass es nicht helfen wird, den Vertriebsleiter auszutauschen, nur eben, weil der sich ständig mit der Marketingleiterin streitet, was die Kunden wirklich wollen, dann kommt man da nicht weiter. Das heißt, es ist sehr entlastend, erst mal zu verstehen, dass man häufig Dinge plötzlich denkt und fühlt, die aber ganz stark damit zu tun haben, welche Rolle man eben innehat, welche Funktion man innehat, welchem Fachbereich man angehört und man beginnt eben in der Logik dieses Fachbereichs zu denken, zu fühlen und zu handeln dann eben auch. Ja, das war auch für mich so eine große Erkenntnis, die ich versuche auch manchmal weiterzugeben, weil es für mich auch unglaublich entlastend war, das so zu sehen und zu sagen, also eher die Perspektive einzunehmen und zu sagen, ah, spannend, warum ist man sich jetzt an der Stelle nicht einig, inwieweit, warum hat man jetzt gerade Widerstand an der anderen Stelle, meistens gelingt es mir irgendwie auf Beziehungsebene, das ja trotzdem ganz gut zu gestalten und trotzdem kommt man ja in den Konflikt oft oder merkt, da ist jetzt Gegenwind, da ist Uneinigkeit und da immer sich reinzudenken und zu sagen, okay, welche Rolle spiele ich, welche Rolle spielt beispielsweise der Datenschutz und warum müssen wir uns an der Stelle jetzt irgendwie uneinig sein, das ist durchaus hilfreich und hilft mir auch, das immer wieder in meiner Beratung auch anzubieten, dieser Blickwinkel mal zu sagen, okay, wenn du jetzt mit dem Vorstand sprichst und immer wieder oder mit der Vorständin und immer wieder da Gegenwind bekommst zu dem Thema, dann würde ich das nicht nur persönlich auf die Vorständin irgendwie beziehen, sondern mal überlegen, was eigentlich die Vorständin auch für einen Job machen muss, weil sie ja in ihrer Position ja auch wieder so viele widersprüchliche Themen vereinen muss, da möchte man vielleicht gar nicht immer unbedingt tauschen. Ja, ganz genau. Das heißt, die Konflikte zwischen diesen verschiedenen Fachbereichen oder auch zwischen verschiedenen Funktionen oder Rollen sind also sozusagen in der DNA einer Organisation enthalten und die lassen sich auch nicht lösen und die müssen einfach anerkannt werden und natürlich aber trotzdem auch bearbeitet werden. Also es bringt jetzt auch nichts, ins Gegenteil zu verfallen und zu sagen, ach, naja, wir haben da zwar irgendwo Konflikte, aber wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir keine, denn das ist natürlich dann auch nur so eine Art Pseudo-Harmonie. Und es braucht also, um jetzt wieder in die Praxis zu kommen, es braucht Routinen, es braucht verlässliche, wiederkehrende Formate in Organisationen, wo also die Beteiligten sicher sein können. Da ist dann ein guter Ort, wo wir ringen können miteinander. In Diskursen so lange, bis wir für den Moment zu einer guten Entscheidung kommen und es entschieden werden kann. Und diese Routinen, diese Formate, die helfen enorm dabei, dass man also weiß, ah, da gibt es ja demnächst wieder diesen Raum und da kann ich das dann hintragen. Das ist sehr, sehr entlastend. Und das ist das Gegenteil davon, was wir aber ganz oft erleben, dass nämlich viele Unternehmen und eben auch andere Organisationen ihre Mitarbeitenden damit sehr alleine lassen. Indem sie nämlich so tun, als gäbe es diese Konflikte nicht oder indem sie sie sich über die Person erklären. Ach, der oder die kann es ja nicht besser. Oder Mensch, so ein Streithähnchen oder so weiter. Dann gibt es ja diese abwertenden Zuschreibungen. Oder da ist jemand auf Krawall gebürstet oder was auch immer es dann so heißt. Und dann kommt es natürlich einfach nicht zu guten Bearbeitungsformen, sondern dann wird es nämlich wirklich auf dem Rücken der Leute ausgetragen und wird dahin verschoben. Und ja, wir würden auch sagen, es wird dann in die Umwelt der Organisation verschoben. Ich glaube, da ist dann eben der Blick spannend, wie läuft eigentlich Kommunikation und was sind irgendwie gute Formate, zu welchem Zeitpunkt, um Kommunikation in ganz gute Bahnen zu lenken und was für unterschiedliche Phasen gibt es. Irgendwie sowas wie Meinungsbildung, Ideenaustausch. Irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden. Wer entscheidet, in welchem Gremium und in welcher Art und Weise passiert das. Ich glaube, darüber sich Gedanken zu machen, das ist sehr hilfreich. Das darf ich auch gerade mit einem Führungskräfteteam tun in die Richtung tatsächlich. Ah, spannend. Erzähl mal. Und bei mir ist ja immer so dieses Scrum auch ein bisschen im Kopf, weil ich ja früher im IT-Projektmanagement unterwegs war. Und jetzt muss man nicht, glaube ich, Scrum einführen, aber man muss sich halt Gedanken machen, an welchen Orten, zu welchem Zeitpunkt spricht man mal über die Themen, die vorgeschlagen werden. Weil momentan ist es halt einfach ein, ja, es gibt verschiedene Abteilungen, verschiedene Teams innerhalb der Abteilung. Und wenn jetzt ein Änderungsvorschlag kommt, dann wird der halt per Mail verschickt und dann wird irgendwie darauf gewartet, dass da irgendjemand Bezug nimmt oder sagt es gut oder schlecht. Aber es gibt dann eigentlich, wie du sagst, keine Routine oder kein Gremium, wo man sich dann inhaltlich damit auseinandersetzen kann und dann wird es eher aufgeschoben. Ja, ich finde es aber echt auch nochmal wichtig, was du sagst. Denn wenn ich jetzt tatsächlich, nehmen wir mal so ein Führungsteam. Und das Führungsteam sagt, Mensch, mindestens einmal im Monat haben wir hier ein ganz besonderes Meeting. Hier wollen wir wirklich streiten, ja. Und was sind eigentlich die Themen, über die es sich gerade lohnt, zu streiten? Weil wir glauben, wir kommen dann am Ende zu einer besseren Entscheidung. Und dann auch ein Verfahren zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch das, was du meinst. Also das heißt, einen Prozess zu haben, wo man weiß, ah, durch diese Phasen arbeiten wir uns jetzt durch. So, und darauf vertrauen wir, dass dieses Verfahren uns auch dabei hilft, uns hier nicht völlig zu verfransen. Und dass es eben nicht ganz so anstrengend wird. Und wir auch darauf uns verlassen können. Wir haben am Ende auch noch genug Zeit, um uns zum Beispiel die Frage zu stellen, was heißt das jetzt? Ja, also da, ich hatte mal ein großes Aha-Erlebnis mit einem Team. Und zwar hatten wir, ging es um eine neue Website für unser Team, das wir gestaltet haben. Und die Kollegin, die sich dazu Gedanken gemacht hat, hat das vorgestellt. Und wir hatten extra einmal im Monat tatsächlich so eine Routine. Wir treffen uns einmal im Monat für drei Stunden, wo wir Fragen gemeinsam im Team diskutieren können, die nicht alltäglich sind. Also von der Routine schon mal ganz gut. Aber vom Modus ging das natürlich dann irgendwie völlig nach hinten los, weil eine Website ist, da kann jeder was beitragen, bezüglich Schriftart und Foto und Layout. Deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Und für mich war da das Learning, dass man dann wirklich eine starke Methodik nutzt und sagt, das Feedback soll wie folgt ablaufen. Einmal wird vorgestellt, dann gibt es inhaltliche Verständnisfragen, dann dreht sich das Ganze um, dann darf jeder sein Feedback geben, dann gibt es nochmal inhaltliche Verständnisfragen, an die die Feedback gegeben haben und dann ist das Ganze vorbei. Und das haben wir dann mal wiederholt. Und das hat dann so wunderbar funktioniert. Ja, also muss man wirklich auch hart moderieren, dass man dann nicht wieder in die gleiche Falle tappt, aber über ein Miro-Board hat es super funktioniert. Und dann hatten wir irgendwie eine halbe Stunde genau das erreicht, dass jeder einmal kurz Feedback gegeben hat. Und davor haben wir uns, glaube ich, über zwei Stunden gestritten und sind ergebnislos auseinandergegangen. Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch noch echt nochmal wichtig zu sagen, das, was wir jetzt eben hier alles besprochen haben, bezieht sich wirklich auf Sachkonflikte. Denn persönliche Konflikte, persönliche Konflikte zwischen Leuten, sind in Organisationen, wirklich könnten sehr toxisch sein. Ja, und tut natürlich den Einzelnen überhaupt nicht gut und tut aber eben auch der Organisation nicht gut. Und deswegen müssen diese Konflikte auch möglichst frühzeitig beendet werden. Und dafür gibt es in Organisationen die Hierarchie. Ja, denn sie ist eine höhere Macht in dem Moment. Und sie sollte sich auch unbedingt einschalten, wenn Konflikte nicht mehr produktiv ausgetragen werden. Also wenn sie eben auch nicht mehr auf der Sachebene ausgetragen werden, sondern persönlich geworden sind. Oder wenn es eben nicht zu einer Entscheidung kommt, dann müssen Führungskräfte Partei ergreifen und dann müssen sie entscheiden. Und das ist der Job von Führungskräften. Nämlich dafür zu sorgen, dass es weitergeht und das entschieden wird. Und letzteres bezieht sich natürlich auch wieder auf Sachkonflikte. Also das, finde ich, ist erstmal nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. So gerade auch so im Zuge der neueren Organisationsformen, wo ja Macht häufig als was sehr Schlechtes dargestellt wird oder Hierarchie per se auch als was Schlechtes dargestellt wird und Führung auch häufig insgesamt als was Schlechtes dargestellt wird. Und dann ist natürlich immer die Frage, Aha, und was für eine Art von Verfahren oder Prozess tritt denn aber dann an die Stelle? Oder wie kann es denn dann gelingen, dass solche Konflikte dann auch beendet werden können? Das, finde ich, ist eine wichtige Frage. Ich hätte nochmal die Frage, geht es ein bisschen in die Richtung? Ich habe mich vorher noch gefragt, also gibt es jetzt eigentlich funktionale und dysfunktionale Konflikte, macht die Unterscheidung überhaupt Sinn? Dahingehend, dass man ja sagen kann, ja, der Konflikt erfüllt ja irgendwie dann doch einen gewissen Nutzen. und wer entscheidet dann, wann es dysfunktional ist? Und wenn ich dich jetzt so ein bisschen verstanden habe, wäre es die Aufgabe von Führung oder Hierarchie sogar drauf zu schauen und zu sagen, laufen Konflikte irgendwie funktional oder muss ich eben ab und zu mal eingreifen, weil es in keine konstruktive Richtung mehr geht? Ja, naja, also da, finde ich, hilft ja nochmal jetzt genau diese Unterscheidung, nämlich zu sagen, persönliche Konflikte sind wahrscheinlich häufig dysfunktional. Und sachliche Konflikte können sehr funktional sein und können dann aber eben, wenn sie nicht zu einer Entscheidung kommen, dann für die Organisation dann eben auch, also können dort auch einen Schaden anrichten, denn solange ja nicht entschieden wird, geht es ja nicht weiter. Wenn wir sagen, die Entscheidungen sind der Motor für eine Organisation, es muss ständig entschieden werden, sonst geht die Sache nicht weiter, dann entweder entscheidet es sich dann anders, dann ist es ja auch häufig so, wenn nicht entschieden wird, dann entscheidet es sich eben dafür, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Zum Beispiel ist ja auch eine Entscheidung. Genau, also da muss man auf jeden Fall hingucken. Wieso wird eigentlich dieser Konflikt jetzt hier so lange aufrechterhalten? Und da ist es dann eben auch gut, nochmal zu beobachten, wer sind die Beteiligten an dem Konflikt und was genau wird denn da auf welche Art und Weise eigentlich ausgetragen miteinander? Denn wenn man, also der Clou dabei ist ja, dass die Parteien, die den Konflikt aufrechterhalten, vom Konflikt profitieren, weil er ein PAD bedeutet, also weil er ein Unentschieden bedeutet. Das heißt, mal angenommen, sie wollen gewinnen mit ihrer Meinung, dann ist es besser, zumindest den Konflikt aufrecht zu erhalten. Denn die Beziehung im Konflikt bleibt dann symmetrisch. Also das heißt, die Parteien befinden sich auf gleicher Ebene. Wenn aber jemand aufgibt oder ein anderer gewinnt, dann kippt die Beziehung in die Ungleichheit. Dann ist entschieden sozusagen, wer ist oben und wer ist unten. Wer ist richtig, wer ist falsch. Und das ist natürlich wahnsinnig unangenehm unter Umständen. Und deswegen wird dieser Konflikt weiter bespielt und wird, also die Akteure spielen das Spiel eben weiter mit, anstatt auszusteigen. So, und da sind natürlich auch, gerade bei persönlichen Konflikten, sehr viele Emotionen im Spiel. Und das ist auch nicht zu unterschätzen, was Emotionen da, also wie sehr die so einen Konflikt eben befeuern können. Und ich denke, das kennen wir ja alle, wenn wir in eine Streiterei verwickelt sind. Dann ist es wie so, das kann für eine Zeit lang regelrecht so eine Art Lustgewinn sein. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich hätte erst gesagt, so eigentlich sind wir doch soziale Wesen, möchten doch eigentlich irgendwie den Konflikt eher vermeiden. Und das ist aber ja nur die eine Wahrheit, dass ich dann mal im Konflikt bin, dann will ich mich ja vielleicht auch profilieren. Und dann hat der Konflikt irgendwie vielleicht auch den Nutzen, wie du vorher erzählt hast, dass man so ein bisschen sich vorführen kann, wer jetzt eigentlich der Schlauste im Raum ist oder wer jetzt sachlich auch recht hat. Also das ist nicht immer nur anstrengend, sondern kann auch Spaß machen. Ja, genau. Ich finde es sogar auch, also wenn man wirklich ja auch inhaltlich unterwegs bin, dann finde ich es auch immer spannend, gerade da näher hinzuhören, wo es dann den, ja, Uneinigkeit gibt, zwei verschiedene Meinungen und dann nochmal tiefer hinzuhören und zu sagen, okay, wo gibt es Überlappungen und wo ist man vielleicht sich auch einig, dass man sich uneinig ist. Und das ist ja dann auch spannend, sei es inhaltlich in der Arbeit oder auch in der Theorie. Also auch jetzt in der Theorie, so wie wir hier bestimmte Perspektiven anbieten. Und dann gibt es ja auch wieder, auf LinkedIn wird ja da manchmal extra polarisiert. Dann gibt es wieder Leute, die behaupten das Gegenteil. und manchmal gibt es dann ganz gute Übersetzer, die schreiben ja auf der einen Seite dieses Thema und auf der anderen Seite das Thema und da ist eigentlich die Gemeinsamkeit oder eben auch nicht, weil es unterschiedliche Perspektiven sind. Ja, total. Aber vielleicht noch ein Gedanke, der mich echt gepackt hat, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Und ich habe ja viele Jahre mit Fritz Simon zusammengearbeitet und das meiste, was ich hier erzähle, ist natürlich auch in diesem Kontext, ja, genährt worden, entstanden. Und übrigens kleine Seitenbemerkung, wer sich hier noch näher interessiert, dem empfehle ich auch sehr, das Buch von Fritz Simon, Einführung in die Systemtheorie des Konflikts, erschienen im Karl-Auer-Verlag. Genau, jetzt aber zu dem Gedanken, der mich da so gepackt hat, als Fritz Simon ihn sagte, nämlich, wer aufgibt, entscheidet darüber, wann der Konflikt vorbei ist. Und das, finde ich, muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wann gibt also jemand auf, wenn er den Gedanken hat, dass er nicht mehr gewinnen kann. So, und um einen Konflikt zu beenden, muss eben eine Seite aufgeben, also sprich, sich unterwerfen. Oder beide müssen die Überzeugung gewonnen haben, nicht mehr gewinnen zu können. Und dann suchen sie eventuell auch irgendwann nach Hilfe. Das heißt eben aber auch, wenn wir jetzt wieder in den organisationalen Kontext schauen, es ist erst mal recht schwer, sich als Kollege, Kollegin oder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ohne nämlich diese Macht, die ich vorhin beschrieben habe, die ja durch Hierarchie zum Beispiel entsteht, da einzumischen. Also das heißt, die Idee zu haben, man könnte jetzt irgendwie anderen helfen, ihren Konflikt zu beenden, wenn man einfach nur Partner, Partnerin, Kollege, Kollegin ist, das ist Quatsch. Das geht nicht. So, das geht immer weiter, weil die Beteiligten da so natürlich überhaupt nicht, so natürlich überhaupt nicht drauf schauen, sondern erst, wenn sie wirklich merken, sie können nicht mehr gewinnen, dann suchen sie plötzlich nach Unterstützung. Wie kommen wir denn jetzt hier bloß raus aus diesem Schlamassel? Und genau, da davon aber häufig nicht auszugehen ist, weil sie, also gerade in Organisationen, geht man jetzt erst mal davon aus, dass es da auch nicht um solche Konflikte geht, wo Gewalt oder so ausgeübt wird. Naja, wobei natürlich auch, aber anderes Thema. Deswegen braucht es hier eben die Führung, die das beobachtet und die sich frühzeitig einschaltet, bevor das eben so wahnsinnig eskaliert. Und teilweise, einmal kann man es als Kollege nicht lösen oder verschlimmert es vielleicht sogar noch, weil in dem Moment, wo man ja sagt, ja, erzählt nochmal genau, wie, wo steht ihr? Und dann gibt man selber nochmal Tipps rein, dann trägt man ja paradoxerweise oft eher dazu bei, den Konflikt nochmal zu beleben, zu verfestigen, zu manifestieren. Ganz genau. Das ist ja auch das, das ist ja auch das, was total, Entschuldigung, ja. Ja genau, das fand ich so einen spannenden Gedanken, dass man dann manchmal, muss man sich auch ein bisschen zurückhalten mit Fragen, weil man, wenn man gar nicht in der Rolle ist, da beitragen zu können, dann genau, dann ist es vielleicht für mich auf Smalltalk-Ebene interessant, aber ich kann da wahrscheinlich keinen Beitrag leisten, der irgendwie konstruktiv ist. Ja, aber was du beschreibst, ist ja das, was in Organisationen ganz viel passiert, dass natürlich die, ich sag jetzt mal, ursprünglichen Konfliktparteien, als wenn man jetzt irgendwelche Akteure im Kopf hat, ja nicht unter sich bleiben, sondern die suchen sich ja Verbündete, die schmieden ja Allianzen, die versuchen ja, dass das größer wird, dass es weitere Kreise zieht, damit sich dann natürlich ihre Position über die rege Beteiligung der Kollegen und Kolleginnen dann vielleicht doch irgendwie durchsetzt. So, und plötzlich merkt man, wie so ein Konflikt so eine ganz eigene Sache wird und so eine ganz eigene Dynamik entfaltet und vielleicht sogar irgendwann alle gar nicht mehr so richtig wissen, worum ging es eigentlich nochmal oder wie hat es eigentlich nochmal angefangen? Sondern dann ist ab irgendeinem Punkt ist wirklich so die Frage, was tragen wir hier eigentlich wirklich miteinander aus und wollen wir das jetzt so weitermachen oder wie kommen wir jetzt aus der Nummer wieder raus? Und vermutlich noch ein ergänzender Gedanke zum Thema Hierarchie. Das könnte ja auch irgendwann negativ werden, wenn jetzt die Organisation lernt, dass ein Konflikt als Aufmerksamkeit von oben bekommt, dann hätte ich damit ja auch, also könnte ich mir ein System schaffen, das mit Absicht Konflikte provoziert, um irgendwie wichtig zu erscheinen oder ins Rampenlicht zu kommen nach oben. Du meinst Teil und Herrsche, oder? Nee, so in dem Motto, also manchmal ist ja der in der Organisation wichtig, der auch auf oberster Ebene stattfindet und wenn vor allem Konflikte irgendwie auf oberster Ebene auch beobachtet werden und man da irgendwie die Rolle hat, dass man da einschreitet oder was unternimmt, dann ist man natürlich als Abteilung, als Person natürlich auch ein bisschen dazu verleitet, Sachen zu dramatisieren, könnte ich mir vorstellen. Ach so, ja, damit man dadurch dann wichtig erscheint. Ja, na gut, es passiert alles, weil es kommt ja immer darauf an, wie ist so die Spielregel in der Organisation, nach der entschieden wird, wann ich zum Beispiel Karriere mache oder wann ich besonders einflussreich sein kann. Und da sind diese mikropolitischen Spielchen ja total normal und an der Tagesordnung in jeder Organisation. Gut, und ja, also ich habe jetzt wieder einiges mitnotiert für mich. Das war ja nochmal auch, wer aufgibt, beendet den Konflikt. War auf jeden Fall neu für mich. Ich glaube, dieses Thema, ja, dass man mit der Perspektive, man ist nicht selbst der Konflikt oder man personalisiert den Konflikt nicht, sondern hat auch eben die Sachebene mit den drei Perspektiven Sachbeziehung und zeitlich da drauf zu schauen. Das hatten wir diskutiert und auch eben das Thema, ja, Konflikte, die sich als funktional oder eben dysfunktional erweisen und auch einfach verselbstständigen und nach eigenen Regeln funktionieren. Das war so für mich die wichtigsten Punkte. Ja, und für mich ist, glaube ich, wenn ich jetzt dir nochmal so zuhöre, total wichtig zu sagen, dass, wenn wir es eben mit Organisationen zu tun haben, wir wirklich beginnen sollten, Konflikte als Immunsystem zu begreifen. Ja, und immer, und wirklich zu sagen, ah, guck mal, da wird sich über was gestritten, das ist ja spannend, lass uns da doch mal hingucken. Worum geht es denn da eigentlich gerade in der Organisation und wie können wir das eigentlich noch ein bisschen aufmachen und diesen Diskurs dort eigentlich, oder wie können wir eigentlich einladen, diesen Diskurs eine Weile fortzusetzen, um dann dort zu einer guten Entscheidung zu kommen. Also wirklich Konflikte erst mal als unvermeidbar zu betrachten, als etwas völlig Normales zu betrachten und dann eben auch wirklich einen guten Umgang damit zu finden, ein sehr bewusstes Hinschauen und nicht eben so dieses Wegschauen unter den Teppich kehren oder oje, oje, das darf bei uns nicht sein. So, das fände ich eigentlich den wichtigsten Wechsel, der da zu vollziehen wäre. Genau, im Sinne der guten Routinen, wie du es ausgedrückt hattest. Ja, genau. Wunderbar, ja super. Dann habe ich wieder viel gelernt. Ich bedanke mich für das Gespräch, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass wieder spannende Perspektiven dabei waren. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.